ich bin mir sicher ich mache das besser mit meinem wo ist er denn da so wie kann ich nur so bekloppt sein leute ja ja jetzt bin ich mal aus versehen unten gelandet dann können wir uns auf jeden fall schon mal überblick hier verschaffen von diesen riesigen heilen des westlichen belia tempels